Verboten gut aussehen. So heisst die neue Braun-Werbekampagne, in der sich Till Schweiger von einem Model verführen lässt. Im realen Leben entscheidet nicht nur das Auge, sondern vor allem seine Nase. Es ist schon gut, wenn eine Frau gut riecht. Aber das gilt auch für einen Mann. Und zu viel Parfüm mag ich nicht. Ich mag es auch, wenn überhaupt kein Parfüm getragen wird. Und ich rieche irgendetwas, außer jetzt, sage ich mal, Schweiss. Das ist ein Abtörner. Und ansonsten mag ich sanfte, glatte Haut. Glatt muss auch seine Brust immer sein. Wird er so seinem Ruf als Sexsymbol gerecht? Das hat irgendjemand geschrieben. Was ist denn ein Sexsymbol? Das hat mich auch nicht belastet. Ich fand es halt doof damals. Ich dachte, eigentlich will ich nur Schauspieler sein. Wenn es aber darum geht, einer Frau zu gefallen, ist er alles andere als Schauspieler. Ich bin so, wie ich bin. Also... Ich habe noch nie gefragt, was kann ich tun, damit ich dir besser gefalle. Äusserlich vielleicht mal? Auch nicht. Also... Das Wichtigste ist ja, dass ich mir selber gefalle. Denn nur so kann man ja auch jemand anders gefallen. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin so, wie ich bin. Bis zum nächsten Mal.